Nächster Spieltag, Bayern München 3 Tore zu 3, Dortmund hat 3 Tore, Gladbach, 2 Tore, Werthe Bremen, 4 Tore, Wolfsburg, 6 Tore, Bayern Leverkusen, so 1, Hertha, 3 Tore, RB Leipzig, auch 3 Tore, Tor, Mainz 05, hat 5 Tore, 5 Tore, und Orion hat 1 Tore gemacht, Freiburg, 4 Tore, zu 2, Schalke 04, 4 Tore, Fortuna Düsseldorf, 2 Tore, SFC Köln, 4 Tore, Hoffenheim, 3 Tore, Badenborn, 4 Tore, Augsburg, hat 3 Tore, 2 Tore, Uf.